Die Kamera, ich kann mich nicht vorne sagen. Die fuhren uns in einer anderen Kategorie auf und die die Kinder zum Freistag Federation muss. Spanns wir mal auf mit den Wohnen, mit dem Verwärtsland am Vorderhaufen, also manche aus, um sich hier ein Schuss zu sehen. Schön, dass ihr alle bekannt seid, also machten wir jetzt noch hier an der Mauer und Unter anderem der Presse, der auch am meisten hier hergekommen ist, und wenn wir als Fremdrechstück präsenten, für die Europäische Ebizie, es geht ja nicht nur um die Mauer, es geht ja auch um die Lübgebäude, die die Brunstück. Und das hat der Genad von Berlin noch nicht vergriffen. Die Position ist hier noch, 10.4.1.2 zu unterschreiben. Und ich nehme mal davon aus, dass alle, die wir hier sind, die Wurzeln unterschrieben haben. Und ich würde euch jetzt bitten, Einzelnen, Dorschen und Janja Mauer am Westen, die in den Hausten kommen. Hallo, bitte, bewegt euch die Straße runter. Bitte jetzt, ich gucke euch allen zu, bewegt euch bitte die Straße runter. Der kommt sonst nicht da raus. Also ein bisschen Argument. Kommt immer in diese Richtung. Geht weiter, immer hinten, geht weiter. Da ist viel Platz, geht bitte ein Stückchen weiter, damit wir alle übergehen können. Jetzt zeigt mir, dass wir auch die Scham, die die Gäste sind. Bitte bewegt euch. Richtung Oberbandritte, damit wir alle rauskommen. Ich gucke euch. Nein, ich gucke euch. Nein, wegen dem Frieden. David Hesler, bis 15 Stunden hier hingeführt. Bitte kesseln Sie noch jetzt nicht ein und rufen Sie da mal bitte raus. Das ist gar nicht witzig. Ich kann nicht aufhören, euch das zu sagen, solange ihr nicht aufhört, da stehen zu bleiben. Bitte geht weiter. Alle hier vorne, macht doch mal bitte den Durchgang frei. Du, da mit dem Kauwollhut. Bitte in diese Richtung. Und du mit der Wollwütze. Bitte in diese Richtung. Los, bewegt euch jetzt. Oh. Ha, ha. Ja, mach doch mal das Schild weg. Liebe Presse, lasst den Mann doch jetzt mal einfach hier rauskommen. Stellt doch mal gerade eure Arbeit ein. Kommt hier raus, hier scheint die Sonne. Ja, aber ich sehe eben, ich habe hier immer noch so einen komischen Mütze, den Objektiv. Ja, ja, es hängt alles hin. So, auch wir fahren jetzt mal langsam hier voran. Bitte, ihr bewegt euch, da ist das Ziel. Hey, ich sehe euch alle, ihr bleibt da. Alle stehen wie angewurzelt. Wie lange wollen wir das noch machen? Los jetzt, bewegt euch doch einfach mal in Richtung Oberbaumbrücke. Ich sehe jetzt mal an. Ich sehe euch jetzt die Sonne. Ich sehe euch jetzt die Sonne. Es sind die Leute hier. So, wir warten alle hier auf den David, der jetzt langsam kommt und wenn wir uns von der Mauer alle ein bisschen nach vorne bewegen und langsam Richtung Mauerland gehen, dann machen wir ja noch, sehr schön. Ja Leute, guckt euch das an. 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 Ja, guck euch das an. Ja, guck euch das an. Ja, guck euch das an. Musik 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 Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank! I had everything that money could buy But freedom, I had none I've been looking for freedom I've been looking so long I've been looking for freedom Still the search goes on I've been looking for freedom Since I left my hometown I've been looking for freedom Still it can't be found My bag is on my back I left the city far behind Walking down the road With my heavy load Trying to find some peace of mind Father said, you'll be sorry son If you leave your home this way And when you realize The freedom bonifes You'll come to the home Someday Let me hear you! I've been looking for freedom I've been looking so long I've been looking for freedom Still the search goes on I've been looking for freedom Since I left my hometown I've been looking for freedom 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 Still it can't be If I believe! Save the world! Save the world! Save the world! You can sign the petition to save the world! Save the world!